Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Zu Debian 12 habe ich jetzt ja schon eine ganze Menge gemacht. Ich habe mich durch verschiedene Desktops mal durchgeklickt, was es da alles so einzustellen gibt. Und mittlerweile ist Debian 12 auch als fertige Version erschienen. Ja, jetzt, finde ich, ist es an der Zeit, dass ich mal wieder gucke, was gibt es sonst noch. Es gibt auch Debian 5.0. Das ist jetzt wiederum ein Video auf eine Vorschau-Version. Debian ist quasi das Debian ohne System D. Und diese kommende Debian 5.0 Version, die basiert auch auf Debian 12, beziehungsweise noch auf einem Vorläufer, weil das ISO, was ich heute ausprobieren werde, vom 1.6. ist. Also noch bevor Debian 12 veröffentlicht wurde. Also von daher haben die was genommen, was auch so einen Vorabstand hat. Genau, das Ganze gucken wir uns heute mal ein bisschen an. Ich werde das jetzt nicht in so einer epischen Breite machen, so wie bei Debian 12, wo ich mir wirklich ganz viele Desktops mit Einstellungen angeguckt habe. Also das Ganze geht jetzt ein bisschen schneller. Aber schauen wir mal, was da so Sache ist. Erstmal so ein paar grundlegende Informationen zu DEVUAN. Es gibt natürlich eine Projektseite unter DEVUAN.org. Ihr könnt die ISOs runterladen unter folgender Adresse. Das sind allerdings die veröffentlichten stabilen Versionen. Also die sind aktuell bei 4 irgendwas, was noch auf dem Debian 11 basiert. Ihr könnt allerdings auch schon gucken, was in der Entwicklung ist. Also die Ford-Versionen angucken. Die gibt es denn unter diesem Pfad hier. Und wenn ihr von einer älteren Version umsteigen möchtet, also auf das stabile DEVUAN von einem Debian 8 bis 10 zum Beispiel, dann gibt es da auch Informationen zu. Worum es heute gehen soll, ist das DEVUAN 5, was Daedalus heißt. Das Ganze ist eine Vorschau, das ist noch nicht fertig. Das basiert auf Debian 12 und hat kein System D. Also es ist System D frei. Die einen oder anderen von euch werden das eine tolle Sache finden. Die anderen werden das sinnlos finden wie ein Kopf. Aber ich finde es ganz gut, wenn es Alternativen gibt. DEVUAN hat nicht nur eine Alternative, sondern hat ganze 6 Init-Systeme als Alternative, die man verwenden kann. Da gibt es OpenRC, Runit, SInit, S6, 66, DEVUAN und Shepard. Ja, gucken wir mal, was passiert, wenn man das Ganze in eine VM reinschmeißt. Also ISO runterladen, in eine VM reintun und mal gucken, was da passiert. Ich habe es mir noch nicht angeguckt dieses Mal. Also von daher schauen wir uns das zusammen mal relativ unvoreingenommen an. So sieht das Ganze aus, wenn man von der ISO gebootet hat. Das Erste, was dir jetzt auffällt, ist, da steht natürlich DEVUAN und nicht Debian. Und wir haben bloß Install und nicht Graphical Install. Also das Ganze wird höchstwahrscheinlich im Textmodus sein. Von daher drücke ich da jetzt mal Enter. Und dann ändert sich auch schon die Auflösung. Das zuppel ich mal wieder ein bisschen zurecht, damit es auch passt. Genau, und es ist Textmodus. Genau, also das, was man von einer normalen Debian-Installation im Textmodus auch kennt. Das sieht hier genauso aus. Ich nehme dann erstmal Deutsch. Standort natürlich Deutschland für mich. Wenn ihr woanders lebt, natürlich was anderes. Dann die Tastatur. Das ist für mich auch Deutsch. Ganz unspektakulär. Und ja, wie man den Debian-Installer so kennt. Jetzt werden Module nachgeladen. Von daher, das ist erstmal sehr, sehr ähnlich. Netzwerkerkennung. Ich habe das Ganze in der virtuellen Maschine, wo es einen virtuellen DHCP-Server gibt, der IPv4 benutzt. Von daher müsste jetzt bei DHCP auch was kommen. Das hat so funktioniert. Und jetzt kann ich schon eingeben, wie ich meinen Rechner bedennen möchte. Debian wird vorgeschlagen. Ich lasse das mal so. Den Domain-Namen, den lasse ich jetzt mal leer. Ich möchte das nicht intern an einem Free-IPA oder sonst irgendwas in der DNS-Struktur betreiben. Von daher fällt das weg. Der Rechner heißt einfach nur Debian und nicht Debian.irgendwas. Also leer. Dann das Root-Passwort. Natürlich für Produktivsysteme was Sicheres wählen. So wie ich das hier mache, macht das bitte nicht. Das ist einfach bloß mal zum Testen. Ich schmeiße die vor allem hinterher auch wieder weg. Da kann man das mal so machen. Aber für Produktivsysteme natürlich was Sicheres eingeben. Genauso für die es Benutzerkonten, was jetzt einfach Test heißt. Also was Sinnvolles wählen ist natürlich Pflicht. So, die Uhr wird nochmal eingestellt, indem von dem NTP-Server die Zeit abgerufen wird. Das hat auch funktioniert. Also ich hätte jetzt auch nichts anderes erwartet, als dass irgendwas jetzt da schiefläuft. Genauso wieder wie der Dialog hier mit, wie ich die Festplatte partitionieren und formatieren möchte. Ich nehme hier wiederum die einfachste Variante, wo ich die vollständige Festplatte verwende. Ich habe eh bloß eine Lehre drin in meiner Virtualbox hier. Die ist ungefähr 20 GB groß. Ja und ich nehme wieder das, alle Dateien auf eine Partition, also Betriebssystem, Nutzdaten und so weiter. Alles drauf für Anfänger empfohlen. Ich würde es auch immer für andere empfehlen. Aber das steht da so und das würde ich so nehmen. Genau, Partitionierung beenden und Änderung übernehmen. Änderung auf die Platte schreiben, natürlich. Genau, und jetzt legt das auch schon los. Jetzt schaufelt das die ersten Pakete rüber, die noch auf dem ISO drauf sind. Jetzt werde ich gefragt, ob ich ein weiteres Installationsmedium einlesen möchte. Ich habe jetzt keine anderen ISOs runtergeladen oder gebrannt oder sonst irgendwas. Von daher möchte ich auch kein weiteres Installationsmedium einlesen. Also bei Nein belassen und Enter drücken. Jetzt. Ja, dann brauche ich natürlich einen Spiegelserver, von dem die Pakete, die ich auf meinem System installieren möchte, runtergeladen werden. Da gibt es verschiedene. Ich bleibe am besten bei Deutschland. Ich denke mal, da habe ich die beste Verbindung. Auch wenn man uns ja eher so nachsagt, dass das Internet hier nicht so toll ist. Das kommt immer drauf an, wo man ist. Ja, aber ich bleibe bei Deutschland. Dann kann ich mir einen von diesen Servern hier aussuchen. Ich lasse das bei dem ersten hier, deb.dewuan.org. Bei Debian ist es so, dass denn für mich irgendwie so reihrum einer ausgesucht wird, der wahrscheinlich gerade Kapazitäten übrig hat. Ich denke mal, das ist hier eh nicht so. Also von daher lasse ich es da drauf einfach mal. Ein HTTP-Proxy zum Zwischenspeichern von Paketen möchte ich nicht nehmen. Also von daher lasse ich das Ganze hier auch leer und Enter. Jetzt wird hier so eine Art Katalog runtergeladen, wo aufgelistet ist, welche Pakete ein Mirror bereitstellt. Und hinterher kann ich dann höchstwahrscheinlich wieder was aussuchen. Ja, aber es dauert ein paar Sekunden. Jetzt werde ich gefragt, ob ich bei diesem Popularity Contest mitmachen möchte. Das ist quasi genauso wie bei Debian, wo man dem Projekt meldet, welche Pakete man installiert hat, damit da so eine Abstimmung gemacht wird, welche Pakete besonders häufig installiert werden. Und diese landen dann auf der ersten CD. Ja, die Informationen gehen hier an deb.dewuan, damit die ihre CD optimieren können. Ich mache es hier so, wie ich es quasi immer mache. Ich sage hier einfach Nein, weil das ist eine VM, die hat jetzt keinen Praxisbezug. Schmeiße ich hinterher wieder weg. Also von daher möchte ich da jetzt auch nicht abstimmen. Also ich sage jetzt hier Nein. Nein. Man muss auch die VM wieder aktivieren oder vielmehr das Fenster. So, jetzt habe ich hier meine Liste mit verschiedenen Paketzusammenstellungen, die ich installieren kann. Einmal habe ich ja den Debian Desktop Environment. Also da werden Pakete zusammengestellt für diesen Debian Desktop. Bei Debian gibt es natürlich den Debian Desktop. Was mich jetzt so ein bisschen verwundert, ist, dass hier auch Gnome mit bei ist und auch KDE. Die haben ja eine relativ starke Verflechtung mit Teilen von System D. Also das, ja, also jedenfalls so weit, wie ich das jetzt erinnere, dass es so ist, wundert mich, dass das die hier drin sind. Sowas wie Mate XFCE, die können auch andere Mechanismen verwenden zum Anmelden und so weiter. Aber bei Gnome und KDE meine ich, sind die relativ stark damit verbandelt. Also ich nehme da mal ein XFCE und auch ein KDE mit dazu. Die anderen Desktops, die lasse ich jetzt mal links liegen. Genauso wie den Web-Server, das möchte ich jetzt nicht haben. Hier Console Productivity, das klingt irgendwie ganz gut. Also Konsolenprogramm hätte ich immer ganz gerne dazu. Genauso wie einen SSH-Server brauche ich jetzt nicht unbedingt für die Umgebung. Aber ich finde es immer ganz nett, wenn man sich auf einem System einloggen kann, um da irgendwas drauf zu machen, ohne dass man direkt davor sitzt. Also von daher nehme ich einen SSH-Server immer gerne mit. Standard Systemwerkzeuge, ja ich wüsste nicht, warum man die nicht mitnehmen sollte. Wahrscheinlich braucht man die wirklich für irgendwas. Nachher fehlt was und das läuft nicht. Also von daher würde ich da immer dieses Sternchen belassen. Ja, nach meiner Auswahl sage ich hier mit Tabulator, dass ich weitermachen möchte und drücke wiederum hinter. Ja, und dann dauert es 2425, Pakete müssen erstmal runtergeladen werden. Das Installieren dauert nochmal ein bisschen länger, denke ich mal. Die Internetverbindung ist hier ganz gut, obwohl ich in Deutschland bin. Und ja, gucken wir einfach mal demnächst wieder vorbei. Ich habe mir ja verschiedene Desktops ausgesucht. Von daher werde ich jetzt gefragt, mit welchem Anmeldemanager ich mich anmelden möchte. Es gibt welche, die eher so typisch sind für eine Desktop-Umgebung. Sowas wie GDM3, eher für die Gnome-Richtung. Oder SDDM ist das, was bei KDE eher bevorzugt wird. Und Slim, ich glaube das habe ich irgendwann schon mal ausprobiert, um mich automatisch an so einem System ohne Login anzumelden. Ja, von daher, ich nehme mal SDDM. Mal gucken, ob das gut ist. Jetzt was, was ich bei Debian so nicht gesehen habe, MSMTP, also ein SMTP-Server, der kein wirklicher SMTP-Server ist, sondern auf dem System installiert wird, aber alle Mails weiterleitet an einen externen SMTP-Server, um die zu verschicken. Ja, das scheint hier jetzt standardmäßig mit bei zu sein, in Kombination mit AppArmor. Ja, also eigentlich möchte ich von dem System hier keine Mails verschicken und AppArmor möchte ich dafür jetzt auch nicht unbedingt installieren oder aktivieren. Ja, von daher, das sagt mir ja auch irgendwie, das kann zu Problemen führen. Wenn ich das Ganze einfach bloß ausprobieren möchte, lasse ich es jetzt mal bei Nein. Einige Zeit hat es jetzt doch gedauert, also gefühlt so ungefähr zehn Minuten. Ich habe nebenbei schon angefangen, das Video zu schneiden. Von daher wird das System ja auch ein bisschen langsamer und so. Und je nachdem, was ihr für ein Rechner habt, geht es schneller oder dauert etwas länger. Ja, ein weiterer Dialog, den ihr unter Debian so natürlich nicht sehen werdet, ist die Auswahl von eurem Init-System. Ihr habt hier nur drei zur Auswahl. Also wir haben ja am Anfang gesehen, dass Devuan sechs verschiedene Init-Systeme bereitstellt, aber hier automatisch können wir bloß sysvinit, openrc und runit verwenden. Ich würde jetzt einfach mal sysvinit nehmen, das kenne ich noch von früher, Openrc habe ich aktiv eigentlich nirgendwo genutzt. Also ich glaube, bei Gentoo ist es einfach mit dabei. Aber ich kenne mich damit jetzt nicht irgendwie wirklich aus. Und runit sagt mir so gar nichts. Von daher entnehme ich das, was ich schon kenne, und das ist sysvinit. Wiederum was, was man von Debian kennt, ist der Grub-Bootloader, der zum Starten vom System gebraucht wird. Und dieselbe Frage, die es auch bei Debian gibt. Wo soll das Ganze installiert werden? Soll das auf dem primären Laufwerk installiert werden? Ja, das ist eine gute Idee, jedenfalls für so eine virtuelle Maschine. Und das Gerät hier kann ich einmal Hand eingeben, oder ich wähle es aus der Liste aus. Das ist hier ganz unspektakulär. Ich habe eine virtuelle Platte drin, von daher kann ich bloß die auswählen. Von daher auswählen, Enter. Ja, jetzt noch ein paar Aufräumen arbeiten, und jetzt kann ich sofort den Rechner neu starten. Und das mache ich jetzt mal weiter, Enter. Und was ihr nicht seht, im Debian Installer typisch wird die virtuelle CD ausgeworfen, also das ISO, und der startet jetzt sofort von der virtuellen Platte. Das ist was, was viele Installationssysteme nicht hinkriegen, was hier aber genauso gut funktioniert wie unter Debian. Ja, so sieht es aus, wenn das Ganze hochfährt. Auch relativ unspektakulär. Und ja, einer der Gründe, warum man gesagt hat, dass man unbedingt System D braucht, ist, das macht das Starten schneller. Aber ich finde nicht, dass das jetzt irgendwie langsam wäre oder so. Und ja, das ist ein bisschen schwer zu lesen. Ich gucke gerade mal auf mein OBS. Also, da steht 16.24 Uhr, Dienstag, 13. Juni 2023. Und hier habe ich jetzt bloß die Möglichkeit, mich anzumelden. Ich sehe jetzt nichts, das ich jetzt sagen könnte. Ich möchte einen Desktop auswählen. Ich habe hier verschiedene installiert und ja, jetzt habe ich einfach mal mein Passwort eingegeben und mal schauen, welcher Desktop uns gleich begrüßt. Ja, das ist, das ist so ein, ja, das ist ein Gnome, ne? Ja. Also, das wird standardmäßig so installiert. Es sieht jetzt ein bisschen anders aus, als ich das von anderen Distributionen her so kenne. Ich mache das einfach mal so. Ich sage hier mal weiter. Dann, ja, Texteingabe Deutsch, Datenschutz, Ortungsdienst. Nö, ich möchte mich nicht orten lassen. Weiter. Ich möchte es auch nicht mit irgendeinem Online-Konto verbinden, also überspringen. Und Devon GNU Linux starten. Ja. Also, haben wir natürlich ein anderes Desktop-Hintergrundbild als bei Debian. Und von der Art her ist es auch anders. Obwohl, GNOME habe ich mir unter dem Debian 12 gar nicht angeguckt. Also ich habe KDE, XFCE und Cinnamon gemacht. Aber ich denke mal, dass bei Debian das Ganze auch eher in diesen Schwarztönen wie unter anderen, ja, unter anderen Distributionen so aus der Tüte fällt und nicht dieses helle Thema hat. So, ähm, ich will das einmal noch versuchen in der Auflösung hochzustellen. Einstellungen vielleicht. Und, war das nicht hier irgendwo? Bildschirme. Da. 800x600 ist ein bisschen wenig. Ich mache mal hier so, hm, ich glaube, das passt immer ganz gut bei OBS rein. So, Änderungen behalten. Dann muss ich es natürlich wieder hier anpassen. Damit das Ganze auch drauf geht auf meinen virtuellen Bildschirm da. So, und das Ganze einmal ohne dieses Scroll-Dinger. Ja, ähm, zur Info, was haben wir hier? Wir haben hier ein, so steht's, äh, ich übersehe, es immer GNOME-Version nicht verfügt. Okay, das haben wir nicht. Es benutzt aber Wayland. Und wir haben das Ganze auf dem Daedalus 5 von DEVORN. Und das läuft im Software-Rendering. Ja, weil das Ganze in der virtuellen Maschine läuft. Ja, okay, äh, so gut, so unspektakulär. Jetzt würde mich nochmal interessieren, ob ich die anderen Desktops irgendwie auch noch sehen kann. Also, jedenfalls will ich mich einmal einloggen und so ein KDE noch sehen. Und ein XFCE hatte ich, glaube ich, da, äh, 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 abmelden. Genau, abmelden. Ja, also weiterhin habe ich nicht hier die Möglichkeit, mich an einem anderen... Desktop anzumelden. Ich klicke hier einfach mal so ein bisschen... Oh! Ah, scheiße. Also, irgendwo hier scheinen Icons zu sein. Also, ja, ich mache es mal größer. Aber ich sehe da nichts. Und ich denke mal, ihr werdet auch nichts sehen. Obwohl Benutzername und Passwort eingeben. So, aber hier unten scheint irgendwo so ein Klickbereich zu sein. Aber, jetzt müsste ich ja gleich wieder genauso bei dem Gnome landen, wie, ähm, genau, ja. Daher wieder abmelden. Und mal gucken, ob ich da... Ich sehe echt nichts. Also, das ist nicht mal hellgrau auf weiß. Also, da ist weiß auf weiß. Also, irgendwo hier habe ich doch was angeklickt. Warte. Also, es ist echt nicht zu sehen. Also, von daher nehme ich hier jetzt mal eine Textkonsole, melde mich einmal an. Das war jetzt der SDDM, wo ich eigentlich dachte, dass der besonders gut für KDE ist. Und deswegen auch KDE bevorzugt als Desktop-Umgebung und die sofort einbildet. Aber, wenn ich jetzt einfach mal hier DPKG Reconfigure mache und SDDM, dann müsste ich wieder zu diesem, ja, Auswahldialog kommen. Ich probiere jetzt mal Slim und, ähm, ja, da wir so ein System-D-freies System haben, habe ich hier auch diese Startdateien, also mit denen ich, ähm, ja, Dienste starten, neu starten, beenden kann. Und da gibt es hier unter etc. init.d slim das Restart dafür. Das ist das Kommando und damit müsste ich den jetzt einmal, ähm, neu starten können. Mal gucken, ob ich den jetzt habe. Nö. Das ist noch der hier. Da muss ich erst einmal sagen Stopp. Ja, gut, den, 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 stimmt, da muss ich vielleicht erst den SDDM. Ich habe das ja gewechselt. So, und wenn ich jetzt hier sage Start, geht das? Ah, so geht's. Also, das Ganze sieht jetzt ein bisschen anders aus. Also, ich kann jetzt hier F1 drücken, um, ach so, ah, ich drücke einfach, äh, immer wieder F1, um den nächsten Desktop auszuwählen. Also, ich habe hier GNOME Classic, Plasma X11, GNOME ON, ja, das passt leider irgendwie nicht drauf. Ich möchte jetzt als nächstes mal XFCE ausprobieren. Und darf ich jetzt, genau, jetzt gebe ich einfach meinen Benutzernamen ein und mein Passwort dazu. Ich habe auch keine Maus hier drin. Von daher ist das so ein bisschen, ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Also, funktioniert auch, aber ist anders als bei den anderen Anmeldemanagern. Das ist ja noch ein bisschen wenig. Oder dauert es einfach? Ah, es dauert. Okay, gut. Ja, also jetzt haben wir unseren XFCE Desktop. Das Ganze natürlich auch wieder relativ klein. Mal gucken. Irgendwo wird es doch auch wieder was geben. Einstellungen, Einstellungen. Natürlich Einstellungen. Und dann möchte ich auch wiederum hier meine Auflösung haben, die zwar kein allzu scharfes Bild macht, aber wo immerhin alles drauf geht. Ach stimmt, da ist es ja. Man muss es bloß sehen. Okay, diese Konfiguration behalten, die ist gut. Ich mache das auch gleich wieder so, dass ihr das auch sehen könnt. Jetzt ist es auch wieder richtig eingerastet. Also jetzt haben wir hier ein XFCE in Blautönen. Ich meine, bei dem Debian war es ein bisschen anders. Da war es eben nicht so leicht blau, sondern eher grau. Aber wenn ihr es genau wissen wollt, könnt ihr gerne das Video dazu gucken. Ist ein Zweiteiler, wo ich mich wirklich durch diese ganzen Einstellmöglichkeiten, die es hier so gibt, einmal durchhangle und sehr viele Dinge neu entdecke, die ich so noch nie gesehen habe. Wobei ich jetzt auch nun nicht so ein XFCE Power Benutzer bin. Ich verwende XFCE schon manchmal auf einigen Systemen, aber ich mache damit nicht so viel. Ja, also wenn euch das interessiert, guckt euch das ganz gerne mal an, die Videos dazu. Und, ja mal gucken, was haben wir hier? Über XFCE, was haben wir da? Wir haben jetzt hier Version 4.18, GTK-Version 3.24.37. Ja, und das Ganze ist natürlich wieder unser Debian Daedalus 5 auf, naja, eigentlich nicht Debian, sondern Debian. Ja, okay, gut. Aber insgesamt sieht das Ganze jetzt relativ normal aus. Also wir haben Firefox dabei. Wir haben unter Büro diese ganze LibreOffice-Schiene mit dabei, mit den Sachen. Und ein paar Anwendungen, K-Mail kommen aus dem KDE jetzt rüber. Ja, also mehr oder weniger so, wie man es gewohnt ist. Allerdings jetzt mit blauem und anderem Hintergrundbild. Werfen wir jetzt noch einen kleinen Blick auf KDE. Also wieder abmelden und abmelden. Und ich habe ja dazugelernt, F1 drücken bis Plasma erscheint. Das gibt es hier nur in der X11-Variante, also ohne das Wayland dazu. Einfach Benutzername tippen, Passwort tippen und mal gucken, was da rausfällt. Also ich ziehe da jetzt auch nicht das Fenster größer oder so. Das bleibt kurz so lange, bis ich die Auflösung eingestellt habe. So sieht es aus mit der wunderbaren 800x600 Pixel-Einstellung. Ich denke mal, das ist immer hier Standard. Ach, wo ist das denn hier? Anzeige und Monitor. Genau. Und jetzt wieder. Mal gucken, ob ich es diesmal schneller finde. Ja, finde ich da. Anwenden. Genau. Beibehalten. Und einmal so, dass die Scrollbalken weg sind. Ja, hier haben wir jetzt ein KDE. Ach, stimmt. Mal gucken, welche Version wir dabei haben. Durch KDE habe ich mich ja auch durchgeklickt. Und bei meinem Doppelvideo, durch diese ganzen Einstellungen, also was ist da wirklich, das sieht jetzt ja gar nicht nach so viel aus, aber jeder einzelne Punkt hat noch sehr viele Optionen und sehr viele Untermenü-Punkte, sodass man wirklich sehr, sehr viel einstellen kann. Das habe ich mir in einem, ja, Zweiteiler auch sehr episch angeguckt. Hier haben wir ein KDE Plasma 527.5 und die KDE Frameworks Version ist 503.0 Qt 515.8. Ich denke mal, das ist entweder genau das, was bei Debian veröffentlicht wurde jetzt in der 12. Version oder sehr, sehr dicht dran. Ja, genau. Also das sieht auch erst mal so aus, als ob das einfach so funktioniert. So viel hatte ich mir jetzt auch gar nicht vorgenommen. Also von daher belasse ich das jetzt dabei. Die Installation funktioniert. Die funktioniert eigentlich problemlos, hat keine grafische Oberfläche dabei. Und mit dem SDDM, dass man da keine anderen Desktops auswählen kann, beziehungsweise, dass man die Icons nicht sieht, wo man noch was einstellen kann. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Aber, wie gesagt, das Ganze ist eine Vorab-Version. Bis die finale Version von Debian 5 Daedalus rauskommt, werden die ja noch ein bisschen Arbeit da rein investieren, sodass das deutlich runder läuft. Ja, das war es denn für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder ein bisschen was dazugelernt. Ich habe auch was dazugelernt. Ich hätte es mir so, ja, wahrscheinlich nicht angeguckt. Aber wenn ich ein Video daraus mache, dann ist das immer so ein bisschen was anderes. Ansonsten macht es nacht. Oder lasst es bleiben. Abonnieren, Glocke drücken. Und bis dann. Und, ähm, tschüss. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.